Top 5 in der Marktstraße 4 im wunderbaren Walsee erwarten Sie 58 Grad Abmüter Wohn- und Nutzfläche, die Sie in Ihrem Leben natürlich bestens ausfüllen könnten. Wie gewohnt hätten wir eine topmoderne, am besten geplante Einbauküche, ein wunderschönes Bad und ein Schlafzimmer separat. In diesem Sinne kommen wir nun zu den Bildern der Schilderung. Ich freue mich schon über Ihr Interesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse entfachten können für das Objekt, sprich nicht nur die Ausstattung und der Blick auf das Schloss Walsee, sondern Walsee auch im Allgemeinen. Ein toller Ort für Freizeit, für den Haupt des Arbeitsstresses. In diesem Sinne freue ich mich über die schriftliche Dokumentation. Mein Name ist Reinhard Lengbacher, ich bin von Reifers Immobilien, wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Wir verbleiben noch eines zu sagen Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.